Einen wunderschönen guten Tag, liebe Tauk-Reisefreund und herzlich willkommen zu unserem heute zweiten Vortrag unserer dritten virtuellen Reisemesse mit Tauk. Viele von Ihnen waren gestern schon mit dabei, heute geht es munter weiter und wir reisen jetzt mit Ihnen nach Costa Rica in den Schmuckstein Mittelamerikas. Wir, das sind Dorothee Weiß. Hallo Doro. Hallo. Pura Vida an der Stelle schon mal. Ja, Pura Vida, darum soll es heute gehen. Und mich, Christian Hape, ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind und ja, tauchen wir doch ein in dieses herrliche Reiseland. Ja, da sind wir in Costa Rica. Ja, Costa Rica ist ein vergleichsweise kleines Land in Mittelamerika. Wir sind hier in einem Gebiet, welches kaum größer ist als Niedersachsen, aber unfassbar vielseitig. Vor allem die Artenvielfalt ist ja unübertroffen. Wir haben zwei Küsten. Wir haben hier die Pazifikküste, die sehr prägend ist und ganz wichtig die Karibikküste, die bei vielen unserer Reisen auch eine Rolle spielt. Ja, was bedeutet das, zwischen zwei Küsten zu liegen? Das bedeutet, dass wir ja ein wirklich tropisches Klima haben. Das muss man sich bewusst sein. Und deswegen haben wir auch einen so fantastischen Artenreichtum. Im Süden des Landes haben wir den Corcovado-Nationalpark an der Osser-Halbinsel. Im Norden wird es dann etwas trockener, wenn wir zum Rincón de la Verra-Nationalpark kommen in der Region von Liberia. Dann haben wir natürlich berühmte Orte wie zum Beispiel La Fortuna mit dem Arenal-Vulkan, aber auch weniger bekannte Orte wie die Region um Bucatapada, die bei einigen unserer Reisen nicht fehlen darf. San José ist die Hauptstadt dieses schönen Landes und in San José beginnen auch alle Tarug-Costa-Rica-Reisen. Und damit starten wir mit unserer Reise durch Costa Rica. Tja, liebe Doro, du warst nicht nur einmal bis jetzt in Costa Rica unterwegs. Oh, das war die falsche Richtung. So, genau. Ich war schon mehrfach in Costa Rica, habe ja auch ein paar Monate mal da verbracht und mich zieht es auch immer wieder dahin, weil das Schöne ist, man entdeckt immer wieder neue Tier- und Pflanzenarten und es zeigt sich natürlich immer mal wieder was Neues, aber du hattest ja auch schon die Möglichkeit, Costa Rica kennenzulernen. Ja, ich habe mich sehr gefreut, dass dieses Jahr, letztes Jahr geklappt hat, da war ich mit meiner lieben Freundin drei Wochen unterwegs auf den Spuren unserer Tarug-Reisen. Wir haben wirklich viel erleben dürfen, das Ganze sehr genossen. Bevor wir jetzt in den Reisevortrag starten, Doro, warum zieht es sich immer wieder nach Costa Rica? Was macht dieses Land aus deiner Expertensicht so besonders, so faszinierend? Die Größe des Landes ist auf jeden Fall, macht das Reisen entspannt. Man hat eben keine Riesendistanzen und man hat aber auf dem kleinen Gebiet einfach eine unglaubliche Vielfalt von Bergen, Vulkanen, den Küsten und natürlich ist der Dschungel einfach immer wieder spannend, weil sich immer wieder neue Tiere zeigen, immer wieder neue Facetten sichtbar sind und es gibt immer noch genug Tiere, die man nicht gesehen hat, also das ist einfach immer wieder aufregend. Sehr viele. Ja, was ich spannend fand auch, sind die Distanzen. Also es ist wirklich nicht weit. Manchmal dauern die Strecken etwas länger, als man vermuten würde aufgrund der Entfernung, aber der Ausbau der Straßen ist heutzutage wirklich gut und deswegen kommt man sehr gut von A nach B und kann in einer vergleichsweise kurzen Zeit unglaublich viel erleben. Ja, und wir haben uns heute vorgenommen, weil wir eine Vielzahl von Costa Rica und auch Kombinationsreisen, zum Beispiel mit Nicaragua, im Angebot haben, jetzt nicht eine Reise vorzustellen, sondern wir wollen Ihnen einige Höhepunkte Costa Ricas vorstellen. Sie sehen, das Tarok-Team kennt sich aus, hier aus dem Team waren wirklich schon viele von uns unterwegs und so werden die Reisen von Jahr zu Jahr weiterentwickelt. Starten wir doch mit San Jose. San Jose ist ja die Hauptstadt Costa Ricas. Die Hauptstadt Costa Ricas, da ist auch der internationale Flughafen, von daher landen wir da. Ist jetzt selber nicht die allerschönste Kolonialstadt Mittelamerikas. Es gibt ein paar schöne Gebäude, wie hier das Nationaltheater. Es ist auf jeden Fall ganz nett, da mal einen Tag zu verbringen. Es gibt ein sehr interessantes Goldmuseum, ist aber jetzt nicht eine Stadt, wo man mehrere Tage einplanen muss. Ja, aber der eine Tag oder halber Tag, der lohnt sich. Ja, finde ich schon auch. Das ist eine erstaunlich lebendige Stadt, finde ich. Ja. Also es ist auf jeden Fall für einen Tag mal oder eben, um auch einfach die Reise abzuschließen, ein sehr schöner Stopp. Aber eben, wie gesagt, man darf jetzt nicht wie in Mexiko oder in anderen Regionen, zum Beispiel auch Nicaragua. Also Kolonialstruktur fehlt da so ein bisschen. Das hat man eben wenig, aber es ist trotzdem eine sehenswerte Stadt. Aber natürlich fahren wir nach Costa Rica wegen der Natur. Ja, am Flughafen erwartet Sie in jedem Falle Ihre deutschsprachige Reiseleitung. Das ist ja klar. Sie sind hier in einer kleinen oder Kleinstgruppe unterwegs mit niemals mehr als zwölf Teilnehmern. Und das Thema deutschsprachig, das ist in Costa Rica doch nochmal etwas wichtiger als in anderen Ländern. Ja, also die allgemeine Sprache ist natürlich Spanisch, Englisch. Mit Englisch kommt man auch schon an vielen, gerade in touristischeren Gebieten, Hotels, kommt man da gut auch durch. Aber Deutsch ist natürlich eher mangelbarer. Aber unsere Reiseleiter, die sprechen alle ein sehr gutes Deutsch. Und was natürlich auch wichtig ist, gerade wenn man dann die verschiedenen Tier- und Pflanzenarten hat, da ist es ja schon schön, wenn man da auch jemanden hat, der das in der eigenen Sprache nochmal erklären kann. Eben, und gerade wenn man kein Spanisch spricht, da ist man in Costa Rica wirklich gut beraten, wenn man mit einem Reiseleiter unterwegs ist, der sich eben auch sehr gut auskennt. Genau, genau. Und dann starten wir jetzt auch schon einfach mal in die erste Region außerhalb der Stadt und des zentralen Central Valley-Gebiets. Wir gehen jetzt erstmal ein Stück nach Süden in die Berge. Costa Rica hat nicht nur Küste, sondern eben auch Berge zu bieten. Der Cerro de la Muerte und diese Nebelwaldregion sind wirklich ein tolles Gebiet. Da geht es bis über 3000 Meter in die Berge auch hoch. Das ist, was man vielleicht nicht vermuten würde, aber da ist ja dieser Bergrücken im Zentrum Costa Ricas, den wir da überschreiten, quasi auf dem Grat entlangfahren. Teilweise wirkliche Serpentinenstrecken, aber ein sehr, sehr spannendes Gebiet, auch vegetationstechnisch. Wir haben eben hier einen Nebelwald. Es ist nicht ganz so warm. Im Gegenteil, nachts kann es sogar mal kühl werden, was Sie ansonsten auf Ihrer Costa Rica-Halse nicht erleben werden. Eher selten. In San Jose hat man auch mal je nach Jahreszeit so ein bisschen entspanntere Temperaturen, kühlere Temperaturen. Aber eben genau in den Bergen braucht man auch mal eine Jacke abends. Aber wenn man eben dann auch da durchfährt und auch durch Wolken und Nebel eben fährt, sieht man eine unglaublich reiche Vegetation. Und man kann eben diesen tollen Ketzal-Vogel dort sehen. Die Federn wurden ja früher von den Azteken als Schmuck für die Könige genutzt. Also es ist wirklich ein ganz toller, relativ kleiner Vogel, aber mit eben sehr schönen Schwanzfedern. Und da gibt es die Möglichkeit, den zu sehen. Ihr hattet, glaube ich, auch die Möglichkeit, den da zu beobachten. Wir hatten die Möglichkeit und das Glück, auch einen zu sehen. Wir dachten, dass wir auf eine große Wanderung gehen müssen, um den zu finden. Und gerade hatte unsere Wanderung begonnen. Da haben wir schon einen ersten erspäht. Wie sich herausstellte, war es dann auch gleich ein Pärchen. Und wir hatten Glück, dass wir zur Balzzeit da waren, sodass das Männchen auch mit diesem wunderschönen Federkleid geschmückt war. Das ist ja nicht immer so. Aber ja, wirklich tolle Vögel. Ich schätze mal so 25 Zentimeter, 30 Zentimeter hoch, 25 Zentimeter hoch, ohne Schwanz. Und der Schwanz kommt dann dazu, der kann sehr imposant sein. Ja, also wirklich schön. Und ja, man kann verstehen, warum er Göttervogel genannt wird. Also ein Fernglas lohnt sich auf jeden Fall mitzunehmen, weil die Tiere sind eben klein und gut versteckt in den Bäumen, in hohen Bäumen auch. Und da ist es auch gut, wenn man mal selber ein Fernglas hat, wo man ein bisschen gucken kann. Ja, wir werden es noch sehen. Die Reiseleitung hat meistens auch ein Fernglas mit dabei auf Stativ, damit man da durchgucken kann, um die Tiere zu sehen. Gerade die Vögel, aber auch andere Tierarten, die wir sehen wollen. Aber nehmen Sie ein Fernglas mit, es lohnt sich. Genau. Dann geht es weiter von den Bergen an die Küste zurück. Und jetzt gehen wir gleich in ein ganz besonderes Gebiet, auf die Osa-Halbinsel, wo der Corcovado-Nationalpark ist. Von National Geographic wurde das als eines der artenreichsten Gebiete der Welt betitelt. Also da findet man wirklich einen unglaublichen Artenreichtum. Das ist fantastisch. Also Corcovado ist ein echter Geheimtipp. Wir geben uns die größte Mühe, das in unsere Reisen zu integrieren. Es ist nämlich teilweise gar nicht so einfach, aber Sie werden feststellen, wenn Sie im Katalog blättern oder auf der Webseite schauen, dass das ein Bestandteil unserer Costa Rica-Reisen in der Regel ist. Und es ist wirklich sehr, sehr lohnenswert. Es ist ein vergleichsweise kleines Gebiet, wo aber ein intakter Regenwald vorzufinden ist in dieser Küstengegend. Und also die Schätzungen gehen auseinander. Aber zwischen zwei und vier Prozent der weltweiten Biodiversität lässt sich hier in Corcovado antreffen. Also wirklich fantastisch. Ja, und wir hatten auch das Glück, jetzt im letzten April da zu sein. Haben es sehr genossen. Die Anreise ist ein bisschen aufwendiger, ne? Aufwendig könnte man sagen, abenteuerlich würde ich sagen. Man steigt um auf das Boot, denn die Straßen sind sehr schlecht, die dort hinführen. Man steigt um auf das Boot, fährt dann anderthalb Stunden, glaube ich, etwa von Sierpe aus mit dem Boot nach Drake Bay. Der Piratkapitän hat hier einst Halt gemacht. Ja, und dann geht es auch schon los. Also wir übernachten in sehr zentraler Lage. Man kann zu Fuß schon einiges erkunden. Die umliegenden Strände, die man hier auch sieht, abends mal zum Sonnenuntergang besuchen, ein Bad nehmen. Oder dann eben eine Bootsexkursion machen in den eigentlichen Corcovado. Ganz wichtig, die Tickets hier sind begrenzt. Es dürfen nur eine gewisse Anzahl von Touristen den Nationalpark besuchen. Deswegen sichern wir dann für Sie die Tickets. Und dann geht es zu Fuß auf Wandau. Genau. Da ist vielleicht noch interessant zu sagen, diese Übernachtung in Drake Bay und wo man eben auch ein bisschen mehr Zeit in dieser besonderen Region hat, das haben wir bei der ARA-Rundreise. Bei einer anderen Rundreise wie der Colibri haben wir das als Tagesausflug. Dann hat man natürlich die Bootsfahrt und hat dann auch ein bisschen Zeit im Corcovado-Nationalpark. Aber wer die Region ein bisschen ausführlicher kennenlernen will, da lohnt sich das bei der ARA. Und da hat man eben wirklich dann auch da die Übernachtungen in der Region. Und fährt dann auch auf diese schöne Insel, wo man auch gut schnorcheln kann. Und auch Schildkröten und ganz viele Buckelwale sind je nach Saison auch in dieser Bucht zu sehen. Richtig. Also auch das Meer hat da sehr viel zu bieten, nicht nur der Corcovado-Nationalpark. Das ist etwas, was ich ehrlicherweise nicht so erwartet hatte. Also ich war vor allem auf die terrestrische Flora und Fauna ganz gespannt. Und dann war hier auch eine fantastische Unterwasserwelt. Das Schnorcheln war wirklich super. Also kann man jedem empfehlen. Wale, ja, auch zu gewisser Jahreszeit, sehr, sehr lohnenswert. Wir haben bestimmt sieben oder acht Schildkröten gesehen beim Schnorcheln, bei einem Schnorchelgang. Also das war etwas wirklich Außergewöhnliches. Ja, wir haben gerade gesehen in dem kleinen Ausschnitt Nachtwanderung. Ja, auch wichtig. Und an der Stelle, ich habe den Film gestern noch eben zusammengestellt, ich habe mich gefragt, soll ich diesen Ausschnitt mit der Schlange wirklich mit reinnehmen oder machen sich dann alle Sorgen? Machen Sie sich bitte keine Sorgen wegen Schlangen oder Ähnlichem. Ja, es gibt sie. Es gibt sie, es gibt auch nicht so wenige, aber sie zu sehen ist in der Tat eher eine Besonderheit, weil die oft in den Bäumen hängen, versteckt sind. Und selbst wenn man auf den Wegen unterwegs ist, der Reiseleiter hält an und ist dann, oh, Vorsicht, stopp, da. Und man muss schon sehr genau hingucken, um die dann auch wirklich zu sehen und anzutreffen auf Entfernung. Die zu sehen und zu finden ist Aufgabe Ihres Reiseleiters. Chapeau, wenn Sie auch selber mal eine Schlange sehen, aber da müssen Sie sich wirklich keine Sorgen machen. Die Größe der Schlange, die der Reiseleiter da gerade hochgehalten hat, die ist auch nicht unüblich. Also es sind eher 20, 30, 40 Zentimeter große Schlangen. Machen Sie sich da keinen Kopf. Es ist wirklich ein Erlebnis und Ihr Reiseleiter kennt sich bestens aus. Tapire kann man sehen. Tapire sind allerdings schon eine Besonderheit. Es ist nicht so, dass jede Gruppe eine Tapir zu sehen bekommt. Da muss man schon Glück haben. So Kapuzineräffchen, Totenkopfäffchen, Brüllaffen, das sieht man schon mit ein bisschen mehr Garantie. Es ist natürlich immer in der Natur Glückssache, wer sich so zeigt. Und wir haben jetzt bei der ersten ARA-Tour dieses Jahr, die haben einen Puma gesehen. Wow, das wusste ich nicht. Also das ist unglaublich. Also ich würde es nie jemandem sagen, dass das überhaupt möglich ist. Also das ist schon eine große Besonderheit dann. Ja, wir hatten das Glück, einen Tapir zu sehen. Den Puma haben wir nicht gesehen. Es gibt ja theoretisch sogar Jaguare in Costa Rica. Sieht man seltener. Aber ja, wie gesagt, Affen. Es gibt vier verschiedene Affenarten auf Costa Rica. Sieht man mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Vögel ohne Ende. Faultiere kann man wahrscheinlich auch sehen. Zwei Finger, äh, drei Finger, vier Finger Faultiere. Also, ähm, es gibt die verschiedensten Tierarten, die wir Costa Rica begegnen werden. Genau. Und wir haben natürlich hier bei dem Rio Taculis, der ist, äh, auf vielen Strecken eben, kommt man daran vorbei und ist auf jeden Fall ein Stopp wert, ne? Das ist ein kleiner Zwischenstopp. Äh, es gibt, äh, frische Getränke am Markt. Und da kann man einen kleinen Spaziergang machen über eine Brücke, äh, unter der es sich eine Vielzahl, ich war selbst überrascht, eine Vielzahl von Krokodilen, äh, gemütlich machen. Das sind, äh, Krokodile, ähm, Spitzmauerkrokodile, äh, die theoretisch nicht so gefährlich sind. Äh, ich würde ungerne einem näher kommen, äh, denn die sind erstaunlich groß. Wie gesagt, ich war selber überrascht, ähm, aber ein sehr schöner kleiner Zwischenstopp, ein frischer Smoothie, Obst sowieso, äh, eine, eine Wonne in Costa Rica und dann geht's weiter in Richtung Norden. Genau, also das ist ein sehr schöner Zwischenstopp für unterwegs. Und dann kommen wir hier in die Region von dem Rincón de la Vieja Nationalpark. Wir haben ja vorhin schon gesagt, Costa Rica sehr vielfältig, obwohl es so ein kleines Land ist. Ja. Sehr unterschiedliche Klimazonen, muss man sagen. Also sowohl eben in den Bergen als auch an den Küsten, aber auch, äh, in ganz vielen anderen hat man so Mikroklimas. Total, ja. So, dass auch das Wetter und, äh, ja, die Regenzeiten sehr unterschiedlich sind. Und wir haben hier an der Pazifikküste eine trocken, relativ trockene Zeit, so von November bis, äh, ja, März, April hinein. Ähm, da ist eben gerade auch der Rincón de la Vieja Nationalpark oder diese Region dort, eine Region, die sehr trocken dann ist, wo die Bäume auch mal die Blätter fallen lassen, was man in anderen Regionen natürlich nicht so sieht. Ähm, prinzipiell muss man aber sagen, Costa Rica ist ganzjährig möglich. Also auch... Das ist vielleicht was, was man ein bisschen betonen kann. Es gibt so diese Mär, dass Costa Rica bestimmte Jahreszeiten so viel besser sind als andere. Das können wir nicht unterstreichen. Das können wir gar nicht sagen. Also die Hauptreisezeit ist einfach aufgrund dieser trockneren Zeit an der Pazifikküste ganz klar so unser Winter bis ins Frühjahr hinein. Aber auch in unserem Sommer kann man super nach Costa Rica reisen. Und auch, wenn man im Winter reist, ist ein Regenschauer in der einen oder anderen Region immer möglich. Deswegen, das ist einfach ein Dschungelgebiet, wo es eben auch Niederschlag gibt. Und so eine ganz klare Zeit sozusagen gibt es da nicht, wo man da jetzt nicht hinfahren könnte. Und ich glaube, ein Thema ist wirklich auch das Thema des Mikroklimas. Weil, wie du sagtest, also am Anfang hatten wir in Saint-Rosé und am Cerro de la Merthe dieses eher kühlere, nebelige. Dann haben wir an den Küsten natürlich sehr tropische, auch heiße Temperaturen, feucht-warm. Definitiv, da braucht man auch mal ein Wechsel-T-Shirt. Und hier oben im Rincón de la Vieja, das war, ich empfand es sogar als sehr angenehm, dass es hier mal etwas trockener war. Die Luft ist auch dann trockener. Das ist dann mal eine schöne Abwechslung. Liebe Reisefreunde, wir geben uns Mühe, dass wir Ihnen wirklich auch Hintergrundinformationen geben und Fragen, die wir so kennen, auch beantworten. Aber wenn da Fragen offen bleiben, dann bitte nutzen Sie gerne wie immer die Chat-Funktion. Stellen Sie uns all Ihre Fragen und wir nehmen uns am Ende gerne die Zeit, diese dann live für Sie zu beantworten. Genau, jetzt sind wir hier in der Region des Rincón de la Vieja Nationalpark in einem vulkanischen Gebiet. Ja, Vulkane prägen Costa Rica genauso wie die Dschungellandschaften. Also die findet man auch gerade eben in diesem zentralen Gebiet und dann Richtung Nicaragua hin immer wieder in verschiedensten Formen. Absolut. Und man findet eben auch sehr viel vulkanische Aktivität, was auch sehr spannend ist. Man hat eben Schlamm, Blubberlöcher, Schwefel, der aufsteigt, heiße Quellen. Das ist eben gerade hier auch in dieser Region zu finden. Ihr wart, glaube ich, auch in der Region unterwegs, meintest du? Wir waren in der Region unterwegs. Ich habe es tatsächlich in sehr guter Erinnerung. Wir haben dort schöne Wanderungen gemacht zu Wasserfällen. Wir waren bei den heißen Quellen, die Fumarolen am Rincón de la Vieja selber. Sehr, sehr schöne Wanderungen dort am Fuße des Vulkans. Und ja, wir waren auch in den heißen Quellen baden. Das ist wirklich sehr schön. Also absolut lohnenswert und auch eben nicht bei jeder Costa Rica also mit dabei. Genau. Und von dem einen Vulkangebiet kommen wir eigentlich gleich ins nächste, der Arenal. Das ist, glaube ich, so der berühmteste und bekannteste Vulkan. Aus gutem Grund. Aus gutem Grund. Es ist ein Bilderbuchvulkan, das kann man sagen. Es ist der klassische Vulkankegel. Ja. Bis vor, ja, es ist wahrscheinlich schon über zehn Jahre jetzt wieder her, hat ja lange Zeit noch Lava gespuckt und man konnte dann wirklich auch, wenn es dunkel war und keine Wolken waren, auch da sind immer mal Wolken um den Vulkan natürlich, wenn man gute Sicht hatte, konnte man die Lava so runterlaufen sehen. Letztes Jahr war er noch mal aktiv. Etwas, etwas, etwas. Auch mit Lava? Ein kleines bisschen, glaube ich, weil wir waren gerade da im April und zwei Wochen, nachdem wir da waren, gab es eine Meldung von Aktivität. Aber im Endeffekt sieht man hier und da noch ein Rauchwölkchen. Aber eigentlich ist er jetzt erst mal eingeschlafen. Er war ja jahrhundertelang still. Und was ich sehr, sehr interessant finde, ist, dass man lange Zeit gar nicht wusste, dass es sich überhaupt um einen Vulkan handelte. Und deswegen kam es ja dann auch zur Katastrophe. Als der Arenal ausbrach, waren alle völlig überrascht, dass hier jetzt plötzlich dieser Vulkan Asche und Glut nach oben schleuderte. Und das hat auch einige Todesopfer gefordert. Heutzutage gibt es natürliche Asmografen und Messinstrumente, die vorwarnen würden, sollte es noch mal zu einem größeren Ausbruch kommen. Und so kann man jetzt den Anblick genießen und vor allem auch die Wanderung. Das ist bei dir noch mal wichtig, diese wunderschönen Hängebrücken. Genau. Also zum einen ist man um den Vulkan Arenal unterwegs, wo man auch die Lavafelder sehen kann. Das ist auch ganz spannend. Und ja, es ist eine sehr reiche Natur dort auch. Und dort hat man eben die Möglichkeit, über verschiedene hohe Hängebrücken durch den Dschungel zu laufen, durch die Baumkronen auch mal so ein bisschen zu laufen. Auch diese Höhe dieser unglaublichen Urwaldriesen mal so nachzuempfinden. Das ist, finde ich, auch ein ganz tolles Erlebnis und eine sehr schöne Aktivität in der Region. Also die Wanderung fand ich als besonders lohnenswert. Es ist zwar alles natürlich, das muss man wissen in Costa Rica, es hat eine vergleichsweise wirklich gute touristische Infrastruktur. Das heißt, die Wanderwege sind in aller Regel gut ausgebaut. Man muss ein bisschen trittfest sein, aber es sind definitiv keine Steigeisen gefragt. Also es sind ganz entspannte Wanderwege. Und hier haben wir viele verschiedene Tierarten gesehen. Wir haben Faultiere gesehen, wir haben die Affenarten gesehen, wir haben kleinere Tiere, Ameisen, Blattschneiderameisen. Also eine sehr, sehr schöne Wanderung über diese Hängebrücken, eben wegen den verschiedenen Stockwerken. Ja. Und wir sehen hier nochmal die bunten Frösche. Ja. Das ist natürlich, sind so Details, auf die es in Costa Rica dann auch ankommt. Die sind ja wirklich manchmal ganz klein. Und da ist es gut, wenn der Reiseleiter weiß, wo man gucken kann, unter welchen Blättern die sitzen. Oder wenn man eben eine Nachtwanderung macht und da kommen die ja raus und da kann man die eben auch nochmal besonders gut finden. Auf jeden Fall. Suchen muss man trotzdem. Ja, das schon. Wir bleiben so ein bisschen im Norden und nähern uns der Grenze zu Nicaragua. Wir fahren in die Region Bocatapada. Die haben wir bei ein paar Touren mit dabei. Da geht es dann auch mal auf ein bisschen Schotterpiste, die letzte Strecke. Also sonst, wie du schon gesagt hast, sind die Straßen auch eigentlich ganz gut ausgebaut in Costa Rica mittlerweile. Da haben wir nochmal eine Strecke, wo man ein bisschen überschottern muss. Dafür kommt man in eben eine schöne abgelegene Region, direkt an der Grenze zu Nicaragua. Das ist auf jeden Fall auch ganz, ganz spannend. Ja, wir sind mit dem Boot bis an die Grenze rangefahren. Genau. Das würden Sie dann auch machen, wenn Sie mit uns nach Bocatapada reisen. Und das ist eben auch das Schöne. Wenn Sie sich unsere Reisen nach Costa Rica anschauen, natürlich haben wir viele der Klassiker mit drin, aber wir machen überall auch links und rechts in Schlenker zu Gebieten, die nicht die üblichen sind. Zum Beispiel Bocatapada, eine sehr, sehr schöne Region. Du sagtest, es ist ländlich etwas abgeschiedener, wirklich lohnenswert. Hier vor allem natürlich die Bootsfahrten. Man hat wiederum eine fantastische Vogelwelt, kann kleinere Wanderungen machen, Nachtwanderungen. Also ein sehr, sehr schöner Abstecher dort in den Norden an die Nicaraguanische Grenze. Ja, zu Nicaragua kommen wir später nochmal ein bisschen. Wir sind jetzt hier noch in Sarapiqui. Das ist wieder ein bisschen weiter Richtung Süden von Bocatapada aus. Aber du hast ja schon gesagt, Bootsfahrten ganz wichtig. Wir haben mehrere in den Touren immer wieder drin, weil man eben Tiere auch sehr gut vom Wasser aus beobachten kann. Man nähert sich leiser. Man hat einen guten Blickwinkel in die Bäume und kann da einfach nochmal super Tiere beobachten. Was manchmal, wenn man dann auf so einer Dschungelwanderung ist, wenn die Affen dann gerade hinter den Blättern verschwinden, ist es manchmal schwer, die gut zu sehen. Man sieht sie, aber hier hat man manchmal ein bisschen bessere Sicht, weil man einfach so die ganze Front dann hat. Und es offen ist. Genau, und es offen ist. Da hatten wir jetzt hier einen Iguana, einen Leguan oder auch diese Kaimane finden sich da immer wieder. Das sind die kleineren Verwandten da von den größeren Krokodilen, die wir vorhin gesehen haben. Ja, überall gibt es natürlich super Fotomotive, ob es Iguanas sind, die Vogelwelt oder auch die Affen, die sich teilweise, wie du sagst, hinter den Blättern verbergen. Auf jeden Fall sollten sie fotoaffin sein. In Costa Rica lohnt sich die Mitnahme der Kamera sehr. Und wenn sie eine mitnehmen, nehmen sie auf jeden Fall ein gutes Teleobjektiv mit. Zum einen ist es natürlich so im Regenwald, auch wenn man das selbst nicht so wahrnimmt, ist es meistens erstaunlich dunkel. Es ist ja wirklich ein Kampf ums Licht für die Vegetation und demzufolge auch für die Kameras. Also ein gutes Teleobjektiv, ein lichtstarkes Teleobjektiv, das lohnt sich. Und wie eingangs gesagt, unbedingt das Fernglas einpacken. Das muss nicht das von Swarovski sein, aber ein vernünftiges Fernglas, das lohnt sich. Dann kommen wir jetzt hier, machen wir einen kleinen kurzen Abstecher nach Tortugero. Wir haben das bei unseren Rundreisen so nicht mit dabei. Man kann das immer als Verlängerung entweder von der Karibikküste aus oder auch von San Jose Haus mit anschließen. Man kommt da eben wirklich nur zuerst per Bus und dann aber auch eben nur per Boot die letzte Strecke, weil das so kleine Kanäle sind dorthin. Es ist ein bisschen aufwendiger. Es ist mittlerweile ein recht gut besuchtes und auch touristisch gut erschlossenes Gebiet. Aber es ist auch durchaus eine besondere Region. Ihr wart ja auch dort. Ja, wir waren auch da. Also mein persönlicher Eindruck von Tortugero ist, wie du sagst, es ist touristisch teilweise sehr gut erschlossen, vielleicht auch teilweise ein bisschen zu erschlossen. Da gibt es dann entsprechende Reglementierungen, glücklicherweise auch für die Zugangsberechtigung zu den Schildkrötengebieten. Also meine persönliche Meinung wäre, es lohnt sich wirklich zur Schildkrötenzeit, weil das das Besondere ist. Außerhalb dieser Zeit würde ich es nicht unbedingt machen. Wenn man es macht und zur Schildkrötenzeit da ist, dann lohnen sich in jedem Fall auch die Bootsfahrten in den Kanälen der Region. Die sind wirklich toll. Und tun Sie sich da einen Gefallen und machen Sie nicht nur die übliche Bootsfahrt, sondern es werden auch in aller Regel noch Zusatzbootsfahrten früher angeboten zum Sonnenaufgang. Die sind wirklich, wirklich besonders schön. Und das ist nochmal ein anderes Erlebnis, da ist weniger los und das Licht ist schön. Es ist dann ein sehr, sehr naturnahes Erlebnis. Also zur Schildkrötenzeit zwischen Juli und September definitiv lohnenswert. Und dann auch mal eine extra Bootsfahrt mitmachen, buchen, ja, frühmorgens. So lohnt sich das wirklich und ist dann auch ein besonderes Erlebnis. Genau. Ansonsten, ich bin ja großer Fan der Karibikküste. Also ich habe da immer wieder viel Zeit verbracht, weil es doch nochmal vom Flair her ein bisschen anders als das restliche Costa Rica ist. Ist so ein bisschen von Jamaika geprägt, weil damals, wo dort die Zugstrecke gebaut wurde, wurden da viele Arbeiter auch geholt. Und deswegen hat man da auch so ein bisschen Reggae-Musik und es wird ein bisschen anders gekocht. Es gibt auch in der Region indigene Bevölkerung. Also es ist wirklich nochmal so ein bisschen anders geprägt. Und eine meines Erachtens sehr schöne Küste mit kleinen naturbelassenen Stränden. Also nochmal ein bisschen anders als die Pazifikküste auch. Ja, nee, hier gibt es zwischen Puerto Viejo und Carita wirklich sehr, sehr schöne Strände. Vor allem auch tolle Wandermöglichkeiten an den Stränden. Also ja, das Wandern ist in Costa Rica natürlich ein Thema. Längere Spaziergänge, kleinere Wanderungen und hier eben auch die Möglichkeit zwischen Wasser und Wald, zwischen Ozean und Wald zu spazieren. Richtig, richtig lohnenswert. Und man kann natürlich zwischendurch auch mal schnorcheln gehen. Das ist hier auch möglich. Und dann abends bei guter Musik, Live-Musik, was Leckeres essen, einen Cocktail genießen. Das ist hier an der Karibiküste auf jeden Fall möglich und gewünscht. Genau. Und was ich besonders schön finde, man darf keine All-Inclusive-Hotels erwarten. Es sind wirklich relativ kleine Hotels. Es darf auch nicht direkt am Strand gebaut werden. Dadurch gibt es aber eben die Möglichkeit, diese naturbelassenen Strände auch zu schützen. Genau, das Korallenriff davor ermöglicht eben schönes Schnorcheln. Also ich finde auch, das ist eine ganz tolle Region. Und wir haben die auch in ein paar Reisen als Abschluss, wo man auch einfach noch ein bisschen länger bleiben kann. Das ist natürlich der Clou an der Sache. Genau. Wunderschöner Ausgang der Reisen. Und eben auch die Möglichkeit dann zu sagen, nach so einer schönen Reise, da bleibe ich nochmal zwei Tage länger oder drei. Das lohnt sich hier ganz besonders. Man kann die Seele baumeln lassen. Aber auch noch schöne Wandermöglichkeiten. Der Kontakt zu der indigenen Bevölkerung ist hier möglich, wenn man da Interesse für hat. fand ich auch sehr eindrucksvoll. Also eine sehr schöne Region. Genau. Und dann kommen wir jetzt nochmal als kleinen Abstecher. Das sieht nicht wie aus wie Costa Rica, Doro. Das ist nicht nur Costa Rica. Wir haben eine Kombinationsreise Costa Rica mit Nicaragua. Bei Nicaragua ist ein bisschen die Anreise aufwendiger, weil es keine Direktflüge von Europa nach Nicaragua gibt. Deswegen haben wir das eben mit Costa Rica auch kombiniert, weil man das sehr gut über Land machen kann. Und das Besondere ist, wir fahren eben da wirklich im Inland über eine ganz kleine Grenze ins Land rein und starten dann die Rundreise auf dem Archipel Solentiname. Das ist wirklich eine abgelegene Region. Und mir liegt Nicaragua sehr am Herzen. Ich war da auch schon mehrfach. Es ist ein super schönes Land, hat schöne Natur, aber eben auch ganz tolle Kolonialstädte. Viele, die Costa Rica von früher kennen, sagen, dass Nicaragua noch so ein Flair hat wie Costa Rica vor 20, 30 Jahren, weil es einfach auch ein bisschen weniger touristisch insgesamt ist. Wir können ja hier mal ein bisschen reingucken. Dazu muss man ja wirklich sagen, also Costa Rica ist ein fantastisches Reiseland. Er freut sich auch bei unseren Gästen großer Beliebtheit. Und deswegen hast du gesagt, Nicaragua, das ist die perfekte Ergänzung dafür. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und gerade wenn man eben sagt, Natur finde ich toll, aber eben auch so ein bisschen mehr noch Kultur mit hinein. Das ist eben bei Nicaragua dann einfach nochmal der Aspekt. Ist auch ein Land mit Vulkanen, mit Dschungel, mit beiden Küsten, aber eben auch mit schönen Kolonialstädten. Die haben eben noch ein bisschen mehr Kolonialerbe zu zeigen. Und wie gesagt, wir starten hier in dem Nicaragua-See, ein riesiger Süßwassersee. Dieses Archipel besteht aus 36 kleinen Inselchen. Wir sind da in einem Hotel, das familiengeführt ist. Dafür, dass man so abgelegen ist, hat man in diesem Hotel zum Beispiel nur abends dann Strom und auch nur kaltes Wasser. Da muss man eben, das muss man eben in Kauf nehmen. Aber dafür muss man auch wirklich anerkennen, dass man in einer sehr abgelegenen Region ist. Wo wieder Bootsfahrten auch eine große Rolle spielen. Genau, na klar. Zum einen natürlich, um auf das Archipel zu kommen. Aber wir machen eben auch einen Ausflug in dieses Wildreservat an der Grenze zu Costa Rica. Das ist nicht auf dem Archipel, sondern dann am Festland sozusagen. Direkt an der Grenze Nicaragua zu Costa Rica. Und auch da wieder die Möglichkeit vom Boot aus und auch auf einer Wanderung, viele Tiere zu sehen, Natur. Also da steht Nicaragua auch nichts hinterher. Die Tierwelt, die Natur muss ja sehr ähnlich sein. Ja. Oder? Ja. Na klar, als Ornithologe kann man sicherlich noch verschiedene Vogelarten in Nicaragua finden, die man in Costa Rica nicht hat und andersrum. Aber insgesamt ein ähnliches Naturerlebnis. Ja, man hat schon ähnliche Naturerlebnisse, gerade in solchen Naturschutzgebieten. Und genau, aber dafür ist eben auch diese Kombi gerade schön. Wenn man beide Länder besucht, dann hat man eben wirklich auch, ja, neben Kultur eben noch tolle Naturerlebnisse. Ja. Auf Solentiname selber gibt es eben noch so eine Künstler, verschiedene Künstlergemeinden, die malen. Also es gibt so naive Kunst, wo in so einem bestimmten Stil Bilder gemalt werden. Und auch solche Balzerholztiere und ja, verschiedene Masken und solche Sachen werden da geschnitzt und bemalt. Das ist auch sehr interessant. Da besucht man dann auch mal so eine Familie, die das eben machen. Sehr spannend, ja. Genau. Wir haben auch im Büro hier einige dieser kleinen Balzervögel. Die sind sehr hübsch, sehr bunt. Also das ist auch ein tolles Mitbringsel. Ja. Genau. Also da ist auf jeden Fall, kann man viel Spannendes über dieses Archipel erfahren. Und jetzt kommt so eine Kolonialstadt, von der du geschwärmt hast. Was du sagst, das hat man in Costa Rica eher weniger. Genau. In Nicaragua, also Granada. Granada. Auch am Nicaragua-See gelegen. Und hat eben wirklich eine große, solche Kathedralen, richtig schöne Kolonialstraßen. Das hat man eben wirklich in Costa Rica, auch in San Jose wenig. Und davon kann man eben in Nicaragua noch mal voll eintauchen in das Kolonialerbe. Man geht dort auf Märkte. Das ist auch sehr schön. Also das ist wirklich, man sieht es hier auch ein bisschen so im Hintergrund die Vulkane. Und dann eben trotzdem auch noch mal so ein bisschen mehr städtisches Flair. Das ist auch ganz spannend. Gerade in Granada sind Pferdekutschen auch immer noch so ein traditionelles Fortbewegungsmittel. Also da fährt man dann auch auf der Stadtbesichtigung ein Stück durch die Stadt mit der Pferdekutsche. Man hat eben diese bunten Häuser. Das ist auf jeden Fall ein ganz besonderes Erlebnis. Sind die Städte gut erhalten? Die sind gut restauriert. Ja. Die sind auf jeden Fall, also gerade Granada, Leon, da wurde viel auch investiert, um eben gerade die Innenstädte auch wieder, man sieht auch immer mal Häuser, die nicht so in einem guten Zustand sind. Aber wir sind auch in Hotels, die da eben so ein Kolonialflair, so Innenhöfe haben, die einfach wo ein Kolonialgebäude sehr schön hergerichtet und sehr schön renoviert wurde. Also da hat man auf jeden Fall Freude dran, da durch die Straßen zu schlendern und das sich anzugucken. Ja, klasse. Sehr spannend. Genau. Und Vulkane dürfen auch in Nicaragua, nicht fehlen. Natürlich. Und hier gibt es einen ganz besonderen Vulkan oder einen besonderen Vulkankrater, wo man wirklich in den Schlund gucken kann und die Lava blubbern. Ist noch aktiv, ja? Der ist aktiv, der blubbert, also der ist jetzt nicht aktiv im Sinne von, dass er Lava spuckt, aber man hat eben wirklich einen offenen Krater, wo man von oben die Lava sieht und sieht, wie die blubbert und ganz farbintensiv da. Das ist wirklich was Besonderes und das ist ein besonderes Erlebnis, dass man da so nah rankommen kann und direkt reinschauen kann. Fantastisch. Muss auch interessant riechen. Das hat man ja, also, nee? Ich überlege gerade, das war nicht so... Schwefelgeruch? Nee. Hat man ja teilweise bei den Fumarolen. Das kenne ich auch von den Wanderungen, dass man dann so einen leichten Schwefelgeruch hat. Also hier eher weniger. Habe ich jetzt nicht so in Erinnerung, wenn... Also bei anderen Vulkanen in Regionen, in Costa Rica, kann ich mich auch gut, auch beim Tenorio Nationalpark, erinnere ich mich gut an den Geruch immer wieder. Weiß ich jetzt gar nicht. Ja. Genau. Nö. Kleinere Kolonialstadt auch noch, Leon, auch sehr schön. Da sind wir natürlich dann auch zu Besuch. Und da in der Nähe gibt es eine berühmte Rum-Destillerie. Der Flor de Caña wird da hergestellt. Also den kann man auch besuchen. Ja, nicaraguanischer Rum ist ja nicht ganz so bekannt wie jetzt kubanischer Rum, aber ja auch wirklich Spezialität. Ja. Und dort sehr beliebt. Ja, auf jeden Fall. Auch in Costa Rica. Ja. Auch da ist Rum durchaus sehr beliebt. Allerdings. Und auch hier ist eben, dass man in den Straßen immer mal wieder auch so Pferdewagen sieht und schöne Märkte hat, Markthallen. Und Leon hat vor allen Dingen diese tolle, große Kathedrale. Also da merkt man wirklich, dass da von der Kolonialgeschichte her viel passiert ist. Und das ist durchaus sehr spannend, finde ich. Ja. Naja, das Schöne ist ja, dass man in Mittelamerika jetzt grundsätzlich, also Costa Rica, Nicaragua, man kann sich sehr entspannt bewegen. Man kann ja in den Städten wirklich schön flanieren. Man fühlt sich immer wohl. Also natürlich sollte man jetzt abends auch nicht mit der Kamera um den Hals herumlaufen, aber insgesamt ist es ja ein sehr sicheres Reisen. Und ja, das habe ich in Costa Rica als sehr angenehm empfunden. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also ein bisschen gucken, was man mit sich rumträgt, eben gerade abends. Oder am Strand lässt man jetzt auch nicht die Kamera liegen, wenn man ins Wasser geht. Normaler Menschenverstand. Genau. Ich meine, in Barcelona würde ich das auch nicht tun. Von daher. Nee, auf keinen Fall. Ja. Genau, aber ansonsten ganz entspannt. Und wir besuchen hier die Pueblos Blancos, also mit dem Partner vor Ort. Der hat so Puntas de Vida, nennt er das. So verschiedene Orte überall im Land, wo eben ganz spezielle Traditionen und solche Sachen, wie eben auch diese Balzer, Holzvögel zum Beispiel, diese Kunst, wo das eben besucht werden kann und auch aufrechterhalten wird. Und hier ist es eben auch so, da besucht man eine Töpferschule und die machen wirklich den Ton mit den Füßen und erklären auch, wie man das früher so rituell gemacht hat, dass da Musik dazu gespielt wurde und quasi drauf getanzt wurde, so ein bisschen. Ja. Die machen das alles per Hand. Dann gibt es eben auch, mittlerweile haben die natürlich auch ein bisschen professionellere Werkzeuge, aber zeigen eben dort auch mal, wie das früher so hergestellt wurde. Und das sind wirklich auch alles Materialien aus der Region. Ja. Die Farben, alles Naturmaterialien. Also wenn man noch Platz hat, ich habe da auch in meinen Handgepäcksrucksack noch was mitnehmen können. Da gibt es sehr schöne Ware, die man... Sowieso sehr wichtig, auf einer Reise nach Mittelamerika Platz und Koffer lassen. Es gibt guten Kaffee, den man mit nach Hause nehmen kann. guten Kakao, Schokolade, Rum, Kunsthandwerk. Also wenn man möchte, gibt es viele gute Seminers, die man mitnehmen kann und sein Lieben zu Hause als kleines, kleines Geschmäckle von. Ja, auf der... In diesem Nicaragua-Sieg gibt es eben noch die Ometepe-Inseln. Das sind zwei Vulkan-Inseln, die besuchen wir natürlich auch. Und am Schluss auch Strand. Sind wir hier in Rio de Janeiro? Ja, genau. Die haben auch einen Christo da auf dem Hügel. Und San Juan de Sur, auch ein Surfer-Paradies, aber man kann dort auch so sehr schön noch mal die Küste genießen. Also auch das hat Nicaragua auf jeden Fall zu bieten. Wunderbar. Ja, dann haben wir jetzt sehr ausführlich über Costa Rica gesprochen. Einige der Höhepunkte vorgestellt. Einen spannenden Abstecher, wie ich finde, nach Nicaragua gemacht. Das kann man ja sehr gut verbinden. In Costa Rica haben wir drei verschiedene Reisen für Sie im Angebot. Sie können natürlich in unserem Katalog oder auf unserer Webseite sich das noch mal im Detail angucken. Das ist unsere Colibri, unsere Ara und unsere Ketzal. Drei tolle Reisen, die leicht unterschiedliche Schwerpunkte haben. Sie werden sehen, die Ketzal-Reise ist, wie wir sagen, unsere Muße-Reise. Die Ara-Reise ist eine etwas aktive Reise. Die Colibri, unsere Klassik-Reise. Aber ehrlicherweise, in Costa Rica sind alle Reisen naturbetont. Alle Reisen sind vergleichsweise aktiv, weil man viel auch zu Fuß unterwegs ist. Und dann gibt es natürlich die wunderbare Möglichkeit, mit unserer Tukan-Reise Costa Rica und Nicaragua zu kombinieren. Und ja, ich sehe, es sind einige Fragen reingekommen. Sehr gerne können Sie noch weitere Fragen stellen, während wir hier plaudern. Ansonsten, ein kleiner Moment, während sich das hier noch mal aktualisiert. Ansonsten ist heute auch, wie gesagt, zwischen 11 bis 18 Uhr unsere Reiseberatung für Sie verfügbar. Das heißt, wenn wir Ihnen nicht ausführlich genug antworten, können Sie gerne anrufen und dann bekommen Sie da noch mal ausführlich alles berichtet oder auch natürlich per E-Mail oder morgen wieder die ganze Woche. So, liebe Doro, es sind einige Fragen reingekommen. Wir werden uns Mühe geben, alle ausführlich zu beantworten. Kathi, ja, das ist doch direkt eine sehr gute Frage. Wie aktiv ist die Ara-Aktiv-Reise? Nur wandern oder auch mit dem Rad? Eine sehr gute Frage. Wir sind in Costa Rica nicht mit dem Fahrrad unterwegs und auch unsere Ara-Aktiv ist keine extrem anstrengende Wandertour. Sie hat ein paar mehr Möglichkeiten für auch mal längere Wanderungen als jetzt unsere anderen Reisen, aber man muss sagen, wie du schon gerade meintest, Costa Rica ist eher ein Land, wo man sich eben zu Fuß bewegt, gerade wenn man da eben im Dschungel läuft. Es geht nicht unbedingt um Strecke, weil man natürlich immer guckt, wo gibt es was zu sehen, aber es ist eben schon so, dass man fast alles zu Fuß macht und nur wirklich die Fahrtstrecken vom Hotel zur nächsten Station dann mit dem Auto zurücklegt, also ganz anders als jetzt auf Pischfahrten in Namibia oder Südafrika, wo man ja doch auch mehr sitzt, ist hier eben das alles dann zu Fuß, das Naturerlebnis und es ist nicht super anstrengend, aber wir haben es vorhin schon gesagt, es ist feucht-warm, das macht es dann anstrengender und es kann eben auch sein, dass der Boden, wenn es geregnet hat nachts mal ein bisschen feucht ist und man schon ein bisschen gucken muss oder auch Wurzeln, das macht es ein bisschen herausfordernder, aber es sind keine extremen Höhen, die wir zurück, also Höhenunterschiede, die man zurücklegt, das meiste ist relativ gemäßigt, so von der von der Anstrengung her, was die Wanderung angeht. Das ist Schuhwerk, ja, aber man braucht jetzt keine Steiflast. Ja, nee, aber was tritt, also dass man was trittfestes, dass man entweder Trekking-Sandalen oder auch Wanderschuhe, Trekking-Schuhe, die ein bisschen Grip haben, ist schon gut, nur mit Turnschuhen kann es sehr rutschig werden, wenn man da im Dschungel unterwegs ist. Aber mit dem Fahrrad, das war ja noch die Teilfrage. Haben wir jetzt nichts im Programm. Genau. Ja, ist bei uns jetzt kein Teil des Programms. Ja, ehrlich gesagt, also natürlich kann man auch mit dem Fahrrad unterwegs sein, aber die meisten Strecken, die vom Interesse sind, das sind Spazier- und Wanderstrecken. Also das Fahrrad ist da sonst nur Mittel zum Zweck. Wir machen längeren Strecken mit dem Auto und sonst zu Fuß und damit sind wir auch gut unterwegs. Wenn man jetzt in der Karibik nochmal verlängert ein paar Tage, dann kann man sich natürlich für die Zeit auch ein Fahrrad mieten, um dann von einem Örtchen zum nächsten mit dem Rad zu fahren oder Abend nochmal zum Restaurant. Aber sonst wäre das nicht unbedingt notwendig. Marion fragt, kann man sich auf Costa Rica ohne Gefahr abends draußen aufhalten? Ja, insgesamt schon, aber natürlich mit einem gewissen, wie wir schon vorhin gesagt haben, gesunden Menschenverstand, wenn man schon ein bisschen gereist ist. Also ich würde schon dazu raten, dann abends nicht die große Kamera mitzunehmen und eben, ja, oder auch am Strand Wertgegenstände natürlich nicht liegen zu lassen. Es gibt, also in den meisten Regionen kann man sich aber eigentlich auch abends relativ gut bewegen. Es ist nur, also ich sag mal, wenn man jetzt an der Karibikküste ist, im Puerto Viejo ist abends durchaus noch was los, da gibt es viele Bars. Ansonsten in vielen Regionen, wenn man jetzt, ja, auf so einer Lodge ist, die ein bisschen abgelegener ist, dann ist man eben abends auf der Lodge, macht vielleicht noch eine Nachtwanderung, aber ist eben sonst entsprechend eher dann auch in der Unterkunft. und in Costa Rica ist es so, es ist wirklich von den Tageszeiten von sechs bis sechs quasi hell ungefähr. Ja. Das heißt, es wird sehr früh dunkel und dadurch ist man auch abends eigentlich mit dem Tag so relativ schnell dann durch nach dem Abendessen und noch so ein bisschen und ist aber morgens dann am besten auch schon wieder um fünf, um sechs eben dann wach und unterwegs, weil es dann eben auch schon wieder was zu sehen und zu erleben gibt. Dadurch ist der Rhythmus ein bisschen anders einfach, als man vielleicht in anderen Urlauben das macht. Ja, ich empfinde es als sehr angenehmen Tagesrhythmus, weil man einfach mit der Natur sozusagen den Tag startet und dann eben auch abends eher früher beendet. Also man ist etwas früher im Bett und startet auch früh mit der Natur. So, dann fragt Marion noch, welche Impfungen werden empfohlen? Costa Rica hat keine Pflichtimpfungen, also von daher, das ist relativ entspannt. man sollte schon aber Mückenschutz natürlich mitnehmen, also lange Ärmel, auch was zum Einsprühen, also die Mücken sind da noch die größte Plage, die man hat und da kann man leider vorher auch nichts impfen oder irgendwas machen, das ist eben einfach, was so da ist, aber ansonsten braucht man jetzt eine normale Reiseapotheke. Normale Reiseapotheke, Standardimpfungen. Genau. Ulla Beckers fragt, zu welcher Reisezeit sieht man die Wale dort? Ja, das ist, also es gibt einmal die Wale aus dem Norden, die in diese Region da bei Drake Bay kommen, um ihre Kälber da eben, dass die da aufwachsen und einmal aus dem Süden. Dadurch gibt es eben quasi zwei Zeiten. Die beste Zeit, wo man die sehen kann, ist eher auch so unser Sommer bis September. Zweite Jahreshälfte eigentlich. Ja, also was man immer... Geht das nicht bis zum November rein? Also was man immer sehen kann, sind Delfine. Ja. Und aber die Wale, also es gibt einmal eine Saison, die ist jetzt so Januar, Februar, März. Und die noch bessere Saison, wo man die wohl noch besser sehen kann, ist dann eher so September, Oktober, November. Es ist ja immer ein bisschen unterschiedlich, wie die sich dann so, aber ist dann eher so Sommer bis so Anfang Herbst. Genau. Und das ist wohl die Zeit, wo man sie noch besser sehen kann. Aber es gibt auch jetzt im Frühjahr eine Zeit, ein Zeitfenster, wo eben auch Buckelwale dort sind. und dann üben die Kleinen da in der Bucht, trainieren ihre Flossen und springen und das ist schon... Da kommen diese Fotos her. Ja. Das muss sehr schön sein. Ich kann sagen, im April sieht man sie nicht mehr, als ich da war. Aber genau, am Anfang des Jahres oder so ab Juli, August bis in den Frühherbst, glaube ich, kann man da Glück haben. So, wo waren wir? Klaus-Dieter Tresp fragt, muss ich Schnorchel und Flossen mitnehmen? Nein. Auf keinen Fall. Keine Gummistiefel einpacken, kein Schnorchel, keine Flossen. Das ist vom Reisegepäck einfach zu viel. Dafür, dass man ja auch nicht an jeder Station die Möglichkeit hat. Also jetzt gerade, wenn wir da bei Drake Bay diese drei Tage sind, wo man dann diesen Bootsausflug mit dem Schnorchel macht, da wird das natürlich bereitgestellt. Und auch an der Karibikküste gibt es Bootsunternehmer, die einem Schnorchelausflüge anbieten, wo man das ausleihen kann. Also das kann man einfach vor Ort dann organisieren. So ist es. Katrin Zingler fragt, sollte man, ach, das ist dieselbe Frage, sollte man zum Schnorcheln seine eigene Ausrüstung mitnehmen oder gibt es die vor Ort gute Ausrüstung? Kein Problem. Ja. Bernd fragt, kann man seine eigene Drohne mit auf die Reise nehmen und hat auch Zeit, während der Reise Aufnahmen zu machen? Da kann ich gerne kurz antworten, lieber Bernd. Also man kann, das kann man auch sehr gut. Wichtig an der Stelle ist einfach, dass man sich vor Ort vernünftig verhält und mit den Leuten abspricht. Dann hat da auch niemand was dagegen. Die Leute, hatte ich wirklich den Eindruck, die freuen sich eher, wenn man ihr Land festhält, Film fotografiert. Aber natürlich gibt es auch einige Orte, wo man das nicht machen sollte. Jetzt in irgendwelchen, zum Beispiel bei dem, ja in irgendwelchen kleineren privaten Parks oder so, da muss man sich immer vorher absprechen. oder wenn da ein großes Schild steht, dass hier Drohnen nicht erlaubt sind, dann lässt man natürlich die Drohne auch im Rucksack. Aber grundsätzlich kann man das in Costa Rica gut machen und hat hier und da auch wirklich tolle Möglichkeiten, Drohnenaufnahmen zu schießen. Hier ist eine Frage von Martina. Kann ich mit einem Mietwagen mich gefahrlos um Land bewegen? Man kann die Reise auch gut mit einem Mietwagen machen. Das ist gar kein Problem. Also das geht. Ja. Dann, wie sicher ist Nicaragua, Doro? Nicaragua ist auch ein recht sicheres Land. Also auch da muss man sich keine Sorgen machen. Im Rahmen der Gruppen ist es natürlich sowieso so, dass man mit der Reiseleitung unterwegs ist und die einem da auch bei Fragen oder wenn man sich unsicher ist, da jederzeit zur Verfügung steht. Aber insgesamt ist Nicaragua auch ein entspanntes Reiseland. So. Katrin Zingler. Besucht man auf der Kolibri-Reise auch eine soziale Einrichtung? Wenn ja, kann man da auch ein kleines Gastgeschenk mitnehmen, ähnlich wie auf den Afrika-Reisen? Wir haben bei den Costa-Rica-Reisen verschiedene Tierschutz- und Naturschutzprojekte. Also eher der Fokus darauf. Wir hatten mal eine Zeit lang ein soziales Projekt, aber da war dann auch immer das Problem, das war ein Kinderprojekt und dann eben von externen Kinderbesuchen ist ja dann auch immer ein bisschen kritisch. Deswegen haben wir das eben leider nicht mehr dabei, aber wir haben verschiedene Tierschutzprojekte, die sich eben für Wildtiere, die verletzt werden und wieder aufgezogen werden, einsetzen. und da besuchen wir in verschiedenen Touren auch solche Projekte. Genau. Genau. Ja, wir sind da auch tatsächlich gerade im Austausch mit unserer Agentur vor Ort, aber generell die Projekte, die jetzt im Reiseverlauf stehen, die steuern wir an. Ansonsten, wenn man was mitnehmen möchte, Reiseleiter ansprechen, die Lodges vor Ort ansprechen, die können auch, die können sonst auch sowas gerne verteilen oder das organisieren, dass da das an die Richtigen geht. Super. So, dann haben wir noch zwei Fragen und die eine Frage wurde auch direkt von einer anderen Reisenden beantwortet, die können wir recht kurz machen. Tiedemann, buchen die Reise eher jüngere Leute, ist die Reise auch gut für Alleinreisende geeignet? Kann ich kurz beantworten, die Reise hat ein gemischtes Altersbild, die Reise erfordert natürlich eine gewisse Grundfitness, aber ansonsten zwischen 40 und 70 ist hier eine breite Mischung darüber und darunter, je nach persönlichen Geschmack immer sehr, sehr gerne und als Alleinreisende kann man natürlich diese Tour machen, genau, im Einzelzimmer möglich. Und dann die Frage, die selbst beantwortet wurde von Sabine Alba. Costa Rica würde mir sehr gefallen, doch meine Spinnenphobie hat mich bisher davon abgehalten. Kann man auch Costa Rica reisen, ohne im Hotel oder unterwegs mit Spinnen in Kontakt zu kommen? Und die Antwort folgt auf dem Fuß von Nicole. Nicole antwortet, Hallo Sabine, ich habe auch eine Spinnenphobie, ich habe die Reise Kolibri vor einigen Jahren gemacht und hatte in den Unterkünften keine Spinnen und habe die Reise sehr genossen. Traue dich, es war wirklich schön. Die perfekte Antwort, ja, dabei können wir es belassen. Natürlich kann man dafür keine Garantie aussprechen, aber da kommt die Erfahrung von Nicole. Liebe Doro, wenn du jetzt nicht noch ein abschließendes Wort hast, dann sage ich von meiner Seite Danke, es hat viel Spaß gemacht und jetzt geht es hier munter weiter mit den nächsten Vorträgen des Tages. Bis 18 Uhr geht unsere virtuelle Reisemesse, der zweite Tag unserer virtuellen Reisemesse und hier jetzt direkt weiter mit dem facettenreichen und wunderschönen Großbritannien. Auf Wiedersehen und bis gleich. Auf Wiedersehen. Bis 20 Uhr. Bis 20 Uhr. Bis 20 Uhr. Bis 20 Uhr. Vielen Dank.